Musik 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 Ja, wir sind es, die Tech-Profis Ne? Tech-Profis Timm Mw Ich weiß schon, dass du scheiße mit dem was ich gerade favorisieren Alles auf Band Ihr habt schon lange nichts mehr in Bezug auf unser altes uraltes Partner-Giveaway gehört Ja, so auch 1000 Abonnenten Mit dabei haben wir 2000 Es ist verschollen gewesen Niemand hat sich dafür interessiert Deshalb wir auch nicht Die Resonanz war eher Unterdurchschnittlich Wir haben extra noch so ein Rätsel eingebaut Mit einem Codewort Was wir jetzt lüften werden Und war das Simlog frei Aber ihr mögt keine Rätsel Haben wir gemerkt Ein einziger hat das rausgekriegt Und bitte? Der hat sich das jetzt auch verdient Der hat auch sofort gewonnen Der kriegt schon mal was er will Der einzige war der es gelöscht hat Und der Name dieses Kanals ist Gold 23 Gold 23 Okay wir sollten vielleicht nicht so laut brüllen Weil es auch schon Leute gibt die schlafen um diese Uhrzeit Und zwar hat Gold 23 gewonnen Das was er wollte Und zwar waren das die Magneten So ich geh ihm mal kramen Ja Magnete Er hat so das ganze Package gewonnen Was der Tim noch nicht kaputt gemacht hat Und zwar besteht das aus diesen Zwei ganz krassen Magneten Die immer noch sehr gut halten Ja Und dann hier noch mehr Magneten Hier so ein riesen fetter Magnet Und das ist Und die Leute wollen das nicht mehr sehen Weil ich hab das eh nicht gewonnen So das hast du gewonnen Gold 23 freudig Schreib uns in PM Genau Achja und wir haben gesehen Du hast geschrieben Dass du aus Aachen kommst Und da wir ja arm sind Prinzipiell ne Prinzipiell Ja Und uns dann denken so Boah Da können wir uns auch die Portokosten sparen Wir treffen uns einfach mal Und übergeben das dann persönlich Ist das nicht toll Du wirst uns dann sogar kennenlernen Machst du ein Schleifchen drum Machst du ein Schleifchen drum Cool Eventuell auch nicht Ich würd mich freuen Ja So Lange Räder kurzer Sinn Lange Räder ne Ich bin langer Räder Das stimmt Ich hab keine Räder Achja Räder So Nächster hier im Bunde ist Wie hieß er gleich Streamcast Germany Und zwar Streamcast Germany Streamcast Germany hat gewonnen Einen Unsere tollen Rhythm Sticks Rhythm Sticks Hier Äh Du musst auch wieder suchen Ja die Rhythm Sticks von Rockbeat Wie ich noch so schön weiß Weil da haben wir ein Video dazu gemacht Von Tom Wett Oder was Ja Von der Onlineshop Da kommen die Rhythm Sticks an So Rhythm Sticks Rockbeat Die Ich hoffe mal wir sind jetzt gefokust Aber die hast du gewonnen So wie gesagt PN an uns Wir schreiben dir auch eine Und dann meldest du dich Und dann senden wir das mal auf den Weg Außer du wohnst in der Nähe von Aachen Dann kannst du es auch persönlich kriegen Und wir sparen prompto So Dann haben wir noch als letzten Bunde Bessis 94 1994 Und das war unser Platz in den Kanal Empfehlungen Das trifft sich gut Weil der macht auch ganz gute Videos Und du bist da jetzt erstmal für Ja Sagen wir mal so Bist du Wie viele Abos hast du jetzt Oh Entschuldigung 272 Abos hast du Du bist 300 Bist du bei uns da drin Und dann Ja Ja Das kann dauern 300 Das ist schon eine riesen Zahl Legen wir uns mal nicht so fest Sondern wir Wir geben dir jetzt mal ein bisschen was Wenn wir keinen Bock mehr haben Bist du einfach wieder draußen Sagen wir es so So Das waren eigentlich unsere drei Gewinner Und Ja Was hören wir noch jetzt groß drum herum Palabern Die meisten haben eh jetzt schon abgeschaltet Für alle die nicht abgeschaltet haben Für die haben wir noch jetzt ein paar Updates irgendwie Die schreiben Booyashakalaka in die Kommentare Booyashakalaka Booyashakalaka Aber richtig geschrieben Leute Booyashakalaka Booyashakalaka Ja Das wird jeder anders schreiben B-U-J-A Booyashakalaka Booyashakalaka Na ja Booyashakalaka 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 Momentan dabei Sowohl unser Kanal zu überarbeiten Als auch Videos zu produzieren Booyashakalaka Booyashakalaka Und auch Ein Intro Sind wir am machen Ja Intro ist auch Alles im Moment neu Und wir haben Musik Jetzt wichtig Und Leute Leute wenn ihr schon mal da seid Wir haben wirklich bei der Sicht Jetzt kommt's So Wir haben da noch was Und zwar Ist das Kabel Drop Hier Das ist ein Produkt Das habt ihr schon mal gesehen Das haben wir geunboxt Das hatten wir von Irgendjemandem zur Verfügung gestellt gekriegt Der jemand der jetzt hier eingeblendet wird unten Ne Über Tims Gesicht am besten So Und Wir haben auch noch ein Megafon uns zugesendet Und wir waren echt so im Stress jetzt lange Zeit Dass wir da echt keine Zeit hatten Irgendwas zu machen Und Und Tims iPhone wandert jetzt ins Nein Spaß beiseite Wir machen es so Wir machen jetzt auch noch dazu Videos bald Zu diesem Kabelmanagementsystem Und dem Megafon Da machen wir irgendwie was lustiges Ich habe auch schon voll die Idee wie wir das machen Der Tim weiß das noch nicht Aber Das wird er erfahren Irgendwie nicht statt Und Das können wir dann noch machen Das wird euch so erwarten in nächster Zeit Noch neben dem neuen Channel Design Was ihr auch schon abchecken könnt Abchecken Ja das ist schon online Und da kann man sich schon auf das zukünftige Intro so ein bisschen Weil das wird sehr ähnlich aussehen Kann man sich schon so drauf freuen Und ja dann werden sobald dieses Intro fertig ist Werden noch reiheweise Dann werden wir mal so eine ganze Woche wo jeden Tag mindestens ein Video kommt Weil Wir machen mit Challenge Ja wir machen eine Woche lang jeden Tag ein Video vielleicht Ja weil Wenn ihr es wollt Wenn ihr es wollt schreibt das rein Booyachakalaka Wir wollen jede Woche ein Video Sind jetzt auf jeden Fall erstmal noch krass viele so in der Mache Ja Alles zu Ifo und Katre und so Ja Ja und jetzt haben wir echt So jetzt ist aber genug gelabert Und jetzt ist Schluss Das ist echt Und ich hoffe ihr freut euch alle Und seid glücklich dass ihr was gewonnen habt Und wenn nicht ne Ihr habt ja sowieso nichts mitgemacht Macht ein Abo Oder habt ihr am meisten gewonnen Ja Das sowieso Das sage ich denen ja immer Aber die wollen nicht auf mich hören Und jetzt hast du sie noch mehr kaputt gemacht Nein da fehlt mehr Da wird sich hier aber der Goyle freuen Der Goyle Der Goyle Der Goyle Der Goyle